Achtung! Der Inhalt dieses Videos enthält möglicherweise Sequenzen, die für Kinder und Erwachsene verstörend sein könnten. 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 und... Jetzt hört auf! 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 und... Herzlich Willkommen liebe Leute! Heute bin ich alleine auf dem Flash-Server... Ne, auf dem Bergwerk-Server und ich bin jetzt Flash, weil ich ein bisschen ausrasten möchte. Und ja, wir sind heute alleine... Und... Was? Ja, läuft doch! Die haben doch welche dabei! Kling... Gucken wir mal dahinten, der sarox.de... Kannst du jetzt sagen? Du bist alleine und die Mel reibt sich die ganze Sache... Ja, läuft doch! Ja, heute, ich bin mit dem... Ne, mit ihm nicht. Ähm, ich bin heute mit der Mel... Jetzt, kann ich euch wieder vollstellen, das vergesst ich das! Vergesst euch immer vollzustellen! Hier haben wir den Lösch des Mel-App, den Monobabey... Und dahinten rennt der... El Guapo, den ich auch lieben! Ich kann grad nicht wirklich irgendwas sagen, wo ich noch am Lachen bin! So, komm, lass mal hier jetzt! Also, wir sind jetzt auf dem Bergwerk-Server und wir spielen Flash! Ich hasse Flash! Ich auch! Komm hier, Honigtopf! Das ist einfach! Wir hast die Prägenz, wir spielen nicht, weil wir wollen oder weil wir uns aufregen wollen, sondern weil wir dazu genötigt wurden! Ja, von Mel! Komm hier, Honigtopf! Das ist einfach 04! Wir hören, wer es unbedingt möchte, die Mel, die... Okay, wir sind alle im Honigtopf! Möchte unbedingt mit uns in den Honigtopf, was immer das wieder heißt! So, und ich glaub, die Warteschlangen werde ich nicht draus schneiden! Geht das schon los? Nein, das ist die Warteschlange! Sonst komm, wir machen Jump'n'Run! Seid ihr alle drin, ja! Ja, ja! Und dein Honigtopf, ja klar! Bin im Honigtopf! Und dein... Entschuldigung, du wolltest ja bitte ja... Da muss ich mir einen Piep rüber schneiden! Nee, ich mach da ein I-Geräusch! Ich mach das so Iiii! Iiii! Ja, von dir so ein I-Geräusch! Wir lachen uns jetzt schon wieder kaputt! Mel, nimmst du auch auf? Ja, normal! Vielleicht hätte ich doch auch für den Sonnabschluss... Ja, würdest du vielleicht deine Zuschauer begrüßen? Nö, hast du doch schon gemacht! Hallo Mel, Zuschauer! Hallo, liebe Zuschauer von Mel! Also, wir werden heute nur auf die zwei Holzkötzen hin herspringen! Ja, ja! Und hier den Knopf drücken! Und wir werden versuchen runterzuschmeißen! Oh, hoffentlich macht er jetzt nicht... Hoffentlich rusht er jetzt nicht die Map! Ich bin vorne, ich bin vorne, ja! Boah, ich gewinne, ich gewinne! Nein! Ich vergesse jetzt mal den Insta-Tod! Ich bin direkt das erste Loch eingefallen! Mel, Mel hat jetzt ne gute Uhrzeit gefunden, um das mit uns zu erspielen! Ich hab nur zugesagt, weil ich nicht ragen kann! Nee, weil du gezwungen wurdest! Du musst es schon richtig erklären, ja? Ich kann nicht ragen, weil ich schon im Zuschauer-Modus bin! Wie ich grad voll abscheiß! Weißt du, ich bin eigentlich voll gut in dem Scheiß-Modus! Also, ich bin nur dabei, weil ich danach ins Bett möchte und eher... Ja, ich hab die alle gezwungen, wisst ihr? Ja, der Affe! Das ist sogar nicht mal gelogen! Das ist die Wahrheit! Weil Mel da am Weg stand, ja? Da bin ich voll gegen den Honigtauf geknallt! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es jetzt schon! Ja! Vor allem guck mal nach oben in die Liste! Shisi ist einfach schon mal... Shisi, Wasser und Verdi, die sind schon überall seit vorne! Ja, ich hab doch gesagt, das ist scheiße, weil andere mit drin sind! Und nie war! Scheiße, da ist ein Loch! Der Kurs ist ja eigentlich voll kurz, kann das sein? Ja! Nee, es geht eigentlich! Ach, Checkpoint! Kann ich denn nicht rüberspringen? Abkürzung? Nein! Schade! Ich mach einfach jetzt voll langsam so! Am Ende überhol ich euch dann noch! Ach so! Ja, Leute! Da hab ich einfach nur durchrennen! Ich bin doch übelst... Habt ihr das gesehen? Nein! Ich bin einfach durchgelaufen! Ich bin jetzt wieder bei Mel am Arsch! Also... An ihren Kerl! Nein! Nein! Iiii! Shisi hat denn 5 Wassercams? Checkpoints? Ja! Holy... Alter! Wir haben mal die Weltfelder! Nein! Iiii! Bitte einfach die richtige Route nimm! Nein! Ich bin zu doof! Deswegen nehm ich nicht auf! Und weil ich bezwungen wurde! Ja! Obwohl es menschlich nicht in Ordnung ist! Ja, es wird mir auch nein! Das ist das 5ste Spiel! Ich glaub, das hätte ich auch direkt schneidig hier! Ich werd dir jetzt direkt danach ne böse E-Mail an Herrn Bergmann schreibe! Ja! Wie ich ihn persönlich... Verfe... Na, du kannst doch auf dem Bergmann-Server mit deinem Buch im Inventar ein Feedback abgeben! Oh ja! Ja, 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 ja! Da werd ich hier meinen Hater abschreiben! Mach! 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 No! Ich hasse... Ich weiß nicht, ob mich irgendwer schreitet... Herr Bergmann! Ich hasse Ihren Server! Nein, nicht Ihren Server, nur Ihr Flash-Server! Herr Bergmann, bitte ändern Sie dieses Milit-Spiel! Bitte nehmen Sie dieses Spiel raus! Mit weniger Flash und weniger... Ja! Ja! Weniger Flash bei Jump'n'Run! Mehr! Äh! Nein! Das ist doch scheiße, dass da jetzt andere mit drin sind! Ja, wir können ja wohl nicht sagen, ey, geh mal weg, wir nehmen auf oder so. Ja, doch, ich sag was. Das geht ins Bett, ihr kleinen Kinder. Wir sind ja voll fake, dachte ich. Ja, eigentlich schon. Hallo, ich bin ein YouTuber. Ja, du hast aber keinen LP hinten dran, du hast einen 4Live hinten dran. Ja, ne, du bist nichts Besonderes. Entschuldigung, jawohl. 4Live heißt ja einfach nur sehr alt. Moment, so wie Herr Bergmann LP und... Ich hab den ersten Checkpoint erreicht. Wow. Ja, HGW... Ja, die sind gleich fertig. WTF, äh, vor der Wände. Ich hasse euch. Ich bin nicht der Schlechteste der Runde. Roffel, roffel, dach da. Ich bin schon überraschend viel weiter, als ich gedacht hab, dass ich überhaupt komme, aber ich hasse euch. Oh, Mann. Ich auch. Ich muss gar nicht wissen, wie oft ich jetzt schon hier dreimal die gleiche... äh, ne, dreimal, 30mal die gleiche Stelle bespielen. Oh, Gott, ich hasse. Boah, ich hasse mich. Ich hasse... Ich schrei halt. Oh, das war die dümmste Stelle, das war auf jeden Fall das Pri-Intro. Auf jeden Fall. Zack. Also hier mal eine persönliche Message an Herrn Bergwald. Ja. Die dir jetzt dreimal gesagt hat. Ich hoffe, sie sterben in Varro. Heute. Oha. Oha, das war hart. Dislike, dislike, Alter. Die Mail hasst mich dafür, weil Mail ist der größte Bergwald-Feld. Aber ich hasse sie für ihren... Nur für diesen Spielmodus. Nur für diesen Modus. Nur für diesen Modus gönne ich ihnen den Tod. Und zwar ein ganz doofer Tod. Nein. Von einem Hasengefresser. Nein. Nein. Da sagt er vielleicht von dem Schaferschlag. Von dem Scheiß, wenn ich so richtig aggressive Heavy-Metal-Musik einsehe. Oh, Mann, ich komm nicht mal zu Punkt 1. Ich hasse euch. Jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt ja der Wage-Mode. Ich brauch kurz wie Punkt 2, Mann. Jetzt schon. Ich hasse... Aber ihr habt nicht vor, noch eine Map zu spielen, oder? Ja, doch. Die war voll kurz jetzt. Ich hoffe, dass das irgendjemand... Die geht einfach mal schon lange. Nein, ich will aber noch eine Map kommen. Ja, ich brauch gleich ein, ja, cool. Ich zwinge euch einfach wieder. Das ist doch auch kein Problem. Ich schließe, der hat gewonnen. Oh, Mann. Den kann ich auch nicht leiden. Der hat bestimmt gehackt. Ja, hackt, Alter. Nicht. Nicht. Leiden. So, gleich mal Hacker-Schreie. Nein. Aber das war kurz vor zweitem Checkpoint. Hacksen. Ey, ich könnte es vielleicht... Nee, ich könnte es nicht mehr shoppen. Ach so, es geht weiter. Ja, noch eine Minute. Jetzt lege ich los. Eine Minute Zeit, es reicht mir. Jetzt macht er einmal komplett durch. Dach, dach. Das wär's jetzt. Dach, dach. Was ist ein Dach, dach? Ich reg mich. Ich hab gerade abgekürzt. Das ist ja witzig. Oh. Oh. Duh, 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 duh. Hallo. Hacker. Ich mach ein Held Lied. So, jetzt bin ich in der Mitte. Aber das ist halt witzig. Oh, was ist das denn? Ja, ich hab's geschafft. Ich bin am Ziel. Ja, ich bin am Ziel. Es war total einfach. Wie nice. Ich bin schon zum Hab gegangen. Leute, ich trinke mal kurz was. Ja, ich will. Ich auch betrinken. Ja, ich auch. Tschüss, Leute. Ich abonniere euch. Ehrlich. Ich abonniere euch, Leute. Okay, ich bin wieder in der Lobby. Welche Lobby bist du? Na, Flash wohl. Ja, welche Lobby? Vier, drei oder? Na, hier, vier. Mach keine Witze. Die Mail kannst du da haben, wenn's um Flash geht, ne? Da ist, das ist ein Ernst. So, ich würde sagen, ich würde... ...lallah, was ich... Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie du ein Bro das machst. Ja, ja, natürlich. Jetzt kommen die Skills raus, weißt du? Nee, jetzt fängt das Ragen an. Ich hoffe, deine Aufnahmen läuft schon, ich bin jetzt gleich fertig. Deine Aufnahmen läuft die ganze Zeit schon. Ich denke, dass du was verpasst. Nö, nö, ich habe schon vorher aufgenommen ein Stück. Du, du hast schon hier. Wie die ganzen Fails beim Anfangen, beim Anmoderieren. An dem einen war ich überhaupt nicht schuld. Mit dem Barker kann man echt nicht arbeiten, oder? Das ist nicht schon auf Falle, das ist sein, ah, leck mich doch am Arsch. Aber mir ist irgendwie immer aufgefallen, wenn wir mit Barker aufnehmen, dann lachen wir bei der Anmoderation. Oh nee, da sind wieder welche im Spiel. Das ist doch nicht, wenn wir lachen. Mal wie so freundliche Menschen. Blöseln. Die soll mal weggehen, Alter. Könnt ihr bitte... Der schreibt es jetzt ernsthaft, weißt du? Der könnte bitte verkacken. Ich warte ein bisschen... Ah nee, die Map habe ich schon gesehen. Ich sag doch, die ist wie zu schmerz. Boah, ich raste aus. Ich habe wieder nichts auf die Reihe. Ich hasse dieses Map. Dieses Map. Das ist mein Folgentitel. Ich hasse dieses Map. Ich will... Ich will... Ich kann nicht springwegen lachen, ey. Hört doch mal auf. Ich doch auch nicht. Ihr habt dich verzaubert. Hex, Hex. Ich falsch, stell dich ins erste Loch rein. Das ist der... Ja, ich auch. Ins Herrscherloch. Oh Mann. Das ist das erste, ja, das erste Loch. Die Sprechfäler stecken einfach an. Scheiße. Nein! Das kann man doch gar nicht schaffen. Oh, die Melde, die Melde, alter Angeber, hä? Na ja, ich kann's halt. Jetzt werde ich wieder ausgegrenzt und wieder gemobbt. Das ist schon okay. Wieder. Vor allen Dingen wieder. Ja, immer. Wollen wir mal gemobbt. Wollen wir mal, ich sehe was, was du hier siehst. Leute, wir sehen jetzt, ich sehe was, was du hier siehst. Das kommt, Kai schlägt an. Ich sehe. Ich sehe, du blau Himmel. Ach, denke ich doch. Äh, du darfst nicht sagen, du musst die Farbe sagen. Blau. Äh, der Himmel? Nö. Das Meer? Nö. Baka. Dein Zustand? Nö. Das könnte auch sein, ja. Oder ist es, ist es der, äh, wie heißt der? Wie ist denn der da hinten? Sexo? Sexo? Saro? Sarox.de. Haben wir nicht mit dem schon vor uns gespielt? Ja. Ja, der war meiner Begrüßung. Das macht mich schief. Ihr fallt ja auch alle ins gleiche Loch wie ich. Ja. Aber jetzt wärst du schon im Zweiten, du warst ja ganz nett im Ersten. Nein, ich war schon im Zweiten. Also ich schaff's, ich schaff's immer bis zur Kurve, dann fall ich runter. Ja, und nach der Kurve der Sprung, den schaff ich nicht. Ja, ich auch nicht. Da ist ne Kurve? Der ist total unsinnig. Den gibt's gar nicht. Man muss halt dazu sagen, dass die Map echt schwierig ist. Aber ihr wollt zu spät. Ja, ich spiel die total einfach. Ja, ich bin einfach in ein Loch. Ja, klar. Haka ist reingegangen. Hä? Haka hat gesagt, ich soll reingehen. Nein. Ich hasse dieses amische Mann. Haka, hierfür hasse ich dich. Ich hätt's auf ne Aufnahme, Mel. Ich zeig's dir. Wenn ich's hochgeladen hab, kannst du sehen, dass du sagst in der Folge. Du weißt schon, dass ich's auch aufgenommen hab, oder? Ich wollte schon den Map aus. Das war ne ganz leichte. Oh ja, ich hab dich reingelassen, Mel. Ich hab mir kurz hier mit dem Herr Bergmann... Mel, sure. Bioms ist zu schwer. Flash. Nein, Mel, du hast das nicht so richtig. Du kennst dich alle schon. Ich hab nur gesagt, Bioms ist zu schwer für euch. Das schafft ihr nicht mal Checkpoint ein. GTI ist die schwierigste Map auf dem ganzen Server, aber okay. Ich geb mir bei Bioms reingegangen. Ja, Mel, ich schieß das. Ich nehm Biom. Wow. Ja, auf meiner Aufnahme ist das aber anders. Ja, ich glaube, seine Aufnahme. Ich hab Schneidchen... Ach so, jetzt wird's ich wieder. Immer auf die Frauen hier auch noch diskriminieren. Kann man einen Doppeljump machen? Nein. 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 Schade. Ich hab nichts geraucht. Das wär auch was Witziges. Du kannst doch deinen Flyhack mal anmachen, dann kannst du auch gleich drüber fliegen. Ja, das würde ja auffallen. Doch. Ich brauch sofort nen Hack. Auf den Hacker. Ey, aber nicht auf dem Bergwerk-Server hier, ne? Ich sag das. Ja, wenn du hier hackst, dann ist Dillisches ganz schnell. Vor allem Hacker, weißt du, er hat nicht mal Checkpoint 1 erreicht. Das sind ja geile Hacks, Alter. Nein. Ich hab ins Gameboot angestellt. Wann kommt eigentlich der erste Checkpoint? Das dauert ein Stückchen. Ach, ja. Ihr müsst dann nach dem ersten Checkpoint auch mit so, ähm, mit so Springboost müsst ihr dann auch. Oh, mit Spring? Ach so. Ja, ihr müsst so hochspringen dann. Das ist mega schwer. Habe ich schon den Bergwand betrugt in dieser Runde? Nee, in dieser noch nicht. Nee, in dieser noch nicht. Das stimmt. Nein. In einem anderen, ja, aber... Wolltest du mal, was aufgefallen ist? Habe ich nicht gleich gesagt, wir gehen zu GOMA HD. GOMA HD ist viel besser. Gibt's das auch, oder was? GOMA, GOMA. Mach dich hier nicht unbeliebt, ja? Ich glaube, wir sind zu schnell, weil wir, äh, wir sind zu schnell, habe ich das Gefühl. Ja, das ist das Problem, oder? Ja, das stimmt. Das ist das Problem. Ach, das schön ist, es gibt ja eine Masse. Hä, wie die einfach rüberrennen, Mann? Die, 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 äh? Die, äh? Die hackt doch. Die hackt doch alle. Vor allem schreibt mir, äh, antwortet keiner auf meine dummen Arme. Meine dummen... Das ist ein Eimer, die alle ins Loch springen. Ich hab's nicht rübergeschafft. Du. Komm, ich hab's. Ich klapp's nicht an meiner Tastatur. Ich glaub, das ist nicht an deiner Tastatur, dass ich nicht rüberkomme. Mono, du Angeber. Ich hab's geschafft, einfach. Okay, Mono. Yay, Mono hat Checkpoint 1 erreicht. Ich weiß auf mich selber. Also, Ansage, sollte Mono jeweils bei Varro dabei sein, möchte ich, dass er stirbt. Wie du jedem eiskalt immer den Tod wünschst. Schämst du dich nett eigentlich? Und Mono, du weißt, wie ich bin zusammen mit dem nächsten Varro-Projekt? Ja, das ist, das ist nicht gut. Du bist tot. Ja, da musst du ihn kill, Alter. Am Start renn ich dir direkt hier in Schwärten drücke. Der Lich ist halt... Der Friendly Fire ist aus. Da musst du mich schon in Lava schubsen oder so. Ja, gut, dass du mich dran erilischt. Ach, das ist kein Problem. Ja, ja, ich erinnere dich in Varro nochmal rein. Okay, also, ich hab's erstmal mit der Third Person versucht. Äh, funktioniert auch nicht. Du musst einfach nur springen. Ja, das geht doch auch nicht. Ich hab's doch auch geschafft. Ich hab's... Äh, du machst das jeden Tag fünf Stunden lang. Als ob ich nix anderes mache außer Flash suchen. Aus dem Kanal, also nur Flash. Ja, Leute. Du nehmst dich doch schon Flash im Mail, oder? Ja, Leute. Wenn dir jemand von sich behaupten kann, dass es endlich geschafft hat, dann ich... Ja. Also, wenn, dann muss ich mir immer als erstes Loch reinfallen. Du musst schon deine Sätze beenden, Mono. Was? Ja, Ritter, machst du Ende, ey. Ich muss schon sagen. Mann, Scherz. Ich bin gerade, äh, äh, hyperaktiv. Ich weiß gar nicht, warum dir so viel Mühe gegeben hab. Ich sehe immer bloß Loch eins. Wahrscheinlich geht's gar nicht weiter, oder? Ich muss das leicht, wenn du vorher hättest. Ich sehe nur Loch eins. Boah, jetzt sinkt aber das Niveau, ey. Das sinkt nicht mehr. Das war schon von Anfang an gesunken, einfach nur. Das Niveau kann nicht mehr sinken. Ich muss jetzt mal sagen, ich bin schockiert. Aber gut, wir wissen ja, auf welchem Niveau hier Barker arbeitet. Deswegen nehm ich schnell auf. Ist mir doch egal, guck, dass ihr mir so kennt noch meine Videos. Sieben Leute gucken, ich bin einer davon jetzt. Ne, sieben Leute abonnieren. Ach so, stimmt, ich guck gar nicht. Ich like auch immer nur, ich guck auch nicht. Ja, danke. Ihr seid echt meine Lieblings, ihr seid meine Freunde. Obwohl Mel die... Wie, Freunde. Hab ich was verpasst? Was? Nein. Was? Ich glaub, da weiß ich selber nix von. Ja, da seid ihr meine Kollegen, ihr habt mich gerade richtig verletzt. Wie er so sagt, willst du mehr sein als kalt, weißt du? Nein, das Spielchen allein eigentlich, warum müssen wir eigentlich mit aus dem Map? Damit ich auch spielen kann, weil man mindestens zwei Personen braucht. Alter, weißt du, was ich einfach mal mache? Ich dring mich einfach mal an. Oh ja. Sieh jetzt. Das wär vielleicht mal was. Das Lustige ist, ich hab jetzt schon bestimmt sechs Szenen oder so von meinen Pre-Load. Äh, von meinen Pre-Indro. Ich habe noch zwei geschafft. Ja! Du hast noch zwei. Nein! Und dann bin ich wohl da gefallen. Wir sind doch nicht im Golf hier. 18 noch. Ja, vor allem Mel ist einfach mal übelst am Zocken. Ja, ne? Flash Mel, wie sie was nennen. Vor allem, guck mal, ich seh gerade oben, guck oben auf die Zahl, wo Mel ist. Da steht fünf und zwei Sekunden später steht unten im Chat, Mel hat fünf erreicht. Äh? Die Hack-Lo? Das ist doch sch... Ja, normal. Ich bin eigentlich schon lange im Ziel, wisst ihr? Ich warte einfach mal aufs. Mann, ich hab das nicht darüber. Ich hab das einfach nicht rüber. Das geht doch gar nicht. Die zeigt auf ihrem Kanal doch nur Flash, oder? Nee, ich hab nur eine Folge Flash bisher. Ja, genau. Das stimmt. Was schreibt der denn? Hat der mit seinem Kopf auf die Tastatur gefallen? Ist der mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen, oder was? Das mach ich auch gleich vor, Rage, Alter. Oh, oh, ich hab ein Loch geschafft, Alexius. Wie geht's jetzt weiter? Wollt ich doch gerade aus. Jetzt guck ich zurück und lach über die, die da immer das Loch entfallen. Ihr Loser. Ihr Loser. Guck dir mal die Loser an. Da ist der blöde Panda-Bär, der fällt doch gleich runter. Ich wusste es. Oh, da war es der Barker. Barker, du schieb mich. Ah, ich lach mich schief. Oh, da kommt ein bisschen Panda-Bär. Hallo, Barker. Aber ich ratze gleich aus. Ratze gleich aus. Ja. Ihr habt es echt nicht drauf. Vor allem, weißt du, du hast nicht mal Checkpoint 1 erreicht, aber okay. Ja. Ich hab mich mal gerade kurzzeitig gemutet gehabt, ne? So. Musste mal ein bisschen was loswerden. Was? Hast du gekotzt jetzt, oder was? Ne, ne, ich muss gerade Barker-Bär rauslassen. Aber ich muss mal erwähnen, ich bin nicht der Letzte. Crafty ist das Letzte. Ey, ich will screenen. Mach screenen. Mach screenen, mach screenen. Nicer, dicer. Und da kommt ein Elektro-Player, macht auch ein Screen. Da siehst du, das war dieser doofen Panther, der ist mir da untergefallen. Ich guck mal, ob ich es schaffe noch zu euch zu kommen. Ja, alle Checkpoint 1. Checkpoint 1. Warte, warte. Loch 2. Loch 2. Achso, das ist schon ein Rackertschreiber. Aber guck dir mal diesen Panda an, der hat echt Geduld. Der ist jetzt, ich stehe eine Minute hier, da ist der wieder mal runtergefallen. Der hat bestimmt zwei Mäuse angeschlossen gerade. Der hat bestimmt schon mal die Maus gewechselt. Vor allem ist das total geil, Barker. Du rennst an mir vorbei und ich werde kümmern schon wieder angefremd. Was schafft ihr denn da jetzt nicht? Ah, jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Ich bin zählt. Nein, ich bin zählt. Ey, wie soll man denn das letztliche schaffen, Alter? Jetzt sind doch alle krank. Oh, Lava, Lava. Ich springe in die Lava, ihr Opfer. So. Du hast gerade mich Opfer genannt, äh, das kriegst du auch nicht. Ich hoffe, das war die letzte Runde, die wir gespielt haben. Ne, das hat mir Spaß gemacht. Ey, wir haben da noch drei. Drei, das ist am besten auf drei, ja. So, komm, wo gehen wir uns Verabschiedung machen hier? Achso, ich dachte, wir haben noch eine Runde. Nein, um Gottes Willen, ich kriege eigentlich andere. Also, ich hätte jetzt noch Bock auf eine weitere Runde, Mel. Ja, dann komm. Ja, von mir aus können wir auch noch eine machen. Ja, dann lass Kontrast machen. Kontrast ist schnell. Ja, dann. Ihr habt's nicht drauf, ich hab's drauf. Ich hab Fame, ich bin der Beste. Ja, das bist du. Nein, ich stehe nicht an dir reib. Ja, dann mach. Das Geile ist, Wink, Wink, Wink. Ja, der Film, ich bin einfach mal bitte in einer Aufnahme in die Kischung gegangen. Das ist gerade mit da, ne? Achso, du machst schon wieder ein Bild? Komm, wir gucken in die Kamera. Geil, geil ist ja. Barker, äh, Kai und ich haben zusammen nicht mal ansatzweise so viele Abonnenten wie Delicious. Ja, und? Kommt ja nicht auf die Abonnenten. Warum hast du das jetzt erwähnt? Weil ich mehr Abonnenten habe wie du? Jetzt bin ich traurig. Ah, macht dann nichts. Ja, also morgen kommt das sieben Abonnenten-Special raus übrigens, ja? Ja. Oh, geil. Geile Sache. Ja, warte doch, bis du drei mehr hast. Dann kannst du zehn Abonnenten-Special machen. Äh. Hä? Wie viel Zeit hat die Woche? Boah, wie der eine durchwarscht. Und die, ja, dann musst du das wieder in der Zähne anstellen, oder? Alter, die Web ist doch richtig kacka. Na, die ist voll einfach. Hä? Einfach? Ist alles aber aus Nassbecken und es ist dunkel. Barker. Was machst du, wenn ich jetzt nach D-Abo mache, dann hast du keine sieben mehr. Magst du trotzdem das Special? Wenn D war nicht richtig auch. Es ging mir um, dass du das Special trotzdem magst. Ja, dann mache ich sechs Abonnenten-Löche. Ich wollte gerade sagen. Oh, vor lauter Lachen, das war jetzt du. Ja, vor lauter Lachen hab ich so weit gerannt. Ich war so überrascht, dass ich so weit gekommen bin. Ich konnte keine Ahnung, dass das so eine Kurve ist. Hä, das ist doch der Hörter Kack. Der hat einfach den zweiten schon hart, ne? Ich hatte nicht immer bis dahinten ins die Ecke, ey. Einfach durchsprinten. Ne, ich sprinte nicht. Ich, ich, äh... Lauf einfach durch. Ne, sneaken bringt nichts. Einfach laufen. Ach ja, ich bin jetzt schon mit dem sneaken. Weiter wie mit dem Sprinten. Geht mir genauso. Oh, oh, das war knapp. Ach, schau, die Wand da. Okay, das war dumm. Ich war überraschend weit. Und war dann halt eben überrascht. Ja, Alter, das Liegen und das geht alles überhaupt nicht klar. Nein, nein, nein. Okay, das war ein Leichtsinstellender von mir. Aus dem Weg, ich komme. Das tut mir ortschend. Jetzt hab ich verkackt. Das verliere ich bestimmt. Oh, 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 oh. Ich bin ganz überrascht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, für... Hey, da hab ich dich fliegen sehen, du, Arma. Arma, Junge, du. Ich bin immer total schockiert, wie weit ich komme. Das ist ja total langweilig, dieser Server hier. Also, dieser, dieser Map. Oh, das ist doch kacke. Das ist doch da absolute Mist. Ich wollte GTA spielen. Da wäre mich ein bisschen herausfordernd gewesen, hab ich gehört. Oha! Oha! Hast du was jetzt gesehen? Ich geh gerade ein bisschen, äh... Was ist los? Was ist denn bei euch? Bei uns läuft's und bei dir? Ja, ganz gut. YOLO! Ach, scheiße. Ich bin ewig gesprungen, das war sachdoof. Ich bin jetzt hier mit einem Rennen, mit einem Rennen, müsste ich durch die ganze... Oha! Hast du das gesehen? Ja, ich auch. Geht aus dem Weg, ich komme. Oha! Das ist doch mal Pro, Alter. Habt ihr das gesehen? Kann ich eigentlich dann doch schneller rennen, weil ich finde es ein bisschen langsam. Jetzt bin ich runtergefallen wegen Schlachen, Mann. Da gibt's eigentlich auch nur Punkt Speed 2 ein. Gibt's ein Hack dafür? Ja, klar. Der ist jetzt schon vorinstalliert. Beschleunigung. Ach, deswegen ist Mel so schnell durch, oder was? Achso, ich soll. Das ist einfach nur Können. Die Befehle gehen nicht mit Slash, sondern mal einen Punkt. Beschleunigung. So, Wahnsinn, die Beschleunigung, Achtung. Ja, das geht total einfach dann. Wie kann ich schneller laufen? Ach, Mann. Du kannst aber ruhig vorm Ziel warten, oder? Äh. Was? Du kannst aber ruhig vorm Ziel warten, oder? Könnte ich, ja. Aber dieser andere ist mir auf den Fersen. Also ich wäre jetzt schon gleich vorm Ziel, ne? Oh, wie ich durchgejumpen bin. Ich glaube, ich muss an tausend Stellen meine Stimme leiser stellen, weil ich immer noch so krass denke, dass ich laute rede. Ü. I. Ja. Kai. Hast du das gesehen? Nein. Guck mal, wo ich hier hinten stehe. Ich bin hier mit einmal, bin ich hier hinten gerannt. Ich bin einfach mal so ein Überbruch. Soll ich fertig machen, oder soll ich warten? Nein, warte mal. Ich renne jetzt mit Emma durch. Ja, der andere ist aber vier, ne? Ich geh dann vor rein, wenn der da ist. Wir werden jetzt nicht alles, Mel. Wir werden jetzt nicht alles. Doch. Dubai Side ist alles. Alter, hast du gesehen? Kann ich mich einfach mal langjumpen, Alter? Was ist denn los bei mir? Ich bin da über die Kurve. Ja, ich krieg bloß die Kurve, der jetzt in der... Die Kurve? Doch, komm, Sie können helfen. Also, ich dänne es mir ab am Ziel. Sei es oder gar nicht. Das ist immer so dumm. Was sagt er da, ne? Das ist jetzt unglaublich. Iiiiih! Ich einfach mal hinten war und den anderen Tod gemacht hab. Das ist nicht lustig. Wir lachen nur über dein Iiii, aber ist okay. Ja, das war doch mal nicht eklig. Das ist einfach mal eine eklige Situation. Dann geht's um die Kurve rum. Situation, Situation, unzufrieden. Da ist ja plötzlich ein karriertes Ding im Weg. Was ist das? Ein Glas. Ist alles karriert. Deswegen ist die Werbung so kacke. Dunkel und Glas. Nee, aber das war ja wie so eine Zielfahne. Was war das? Flash. Iiiih, wie sie sich grad zu mir gehackt hat. Alles gleich geht's ins Ziel. Er ist bei Checkpoint 5. Nein, ich möchte nicht ins Ziel gehen, bitte. Der ist doch aber schon da. Der geht doch dann auch ins Ziel. Wartet ihr? Ja, dann geh rein. Du bist einfach schon im Ziel? Ja, schon lange. Schon bestimmt zwei Minuten. Waaat? Also in dieser Timo bringt dir jetzt irgendwas krasses hinein. Ja. Die hat auch gehackt. Ähm. Du musst mir bitte nachher genau den Zeit sagen, wann du ein Ziel leist. Weil ich möchte unten im Bildschirm einbinden. Den Kopf von dir, der, äh. Ähm, ich bin gerade durchs Ziel gelaufen. Mel hat gehackt. Du musst mir nachher die genaue Zeit sagen. Die genaue Uhrzeit 3.44 Uhr. Ach, wobei, ich seh das ja auch, wenn du, äh, wenn du, äh, wenn du, ne, ja doch, sag mir mal die Uhrzeit, wenn du bis zum Ende bist. 3.44 Uhr. Vor allem, wie ich, wie ich in der Aufnahme, äh, meine Aufnahme plane. Also Leute, da kommt jetzt hier der Wischt-Effekt. Ich möchte mal bitte so eine spannende Musik haben, wenn ich ein Ziel gehe bei dir. So, we are the champions oder so, weißt du? Das Schöne ist, dass ich immer, wenn ich runterfalle, Barker seht, der neben mir runterfällt. Runterfallt. Jedes Mal, wenn ich runterfalle, kommen drei Millionen lang, äh, äh, trauriges Lieds, okay? Ja, immerhin drei Checkpoints. Ich zieh, ich zieh. Da, 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 da. Guck mal, die Stecke, die hätte ich niemals geschafft. Ja, einfach nur sneaken. Niemals. Sneaken und durchlaufen, natürlich. So bin ich jetzt gesneakt. Ja, weil du sneaken musst sehr oft. Leute, kommt mal hier nach rein, hier vorne, kommt mal hier nach rein. Kai und Mono. Ich komme in die Kamera. Bei denen musst du mal reinschauen. Die machen ganz komische Videos. Ich hab gar nichts aufgenommen. Ich hab... Was mein ich doch gar nicht? Ich sag, meine Zuschauer mögen sich... Hallo, ich möchte dich supporten. Hallo, ich möchte jetzt eine Abmoderation machen. Es gibt hier Abos. Äh, morgen kommt übrigens mein sieben Abonnenten-Special. Okay, ich fang ab. Ja, also, ähm... Scheiße, das hab ich gesagt, das muss ich machen. Wo jetzt? Also, ich hab gesehen, es war eine ziemlich chaotische Runde. Ich lauter rede. Und, ähm... Kai, Klappe. Kai, sag mal ruhig, ich mach mal von vorne. Okay, von vorne. Ja, also, ihr habt gesehen, es war eine ziemlich chaotische Runde, aber ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß. Die ganzen Chaoten, die jetzt hier mitgemacht haben, sind natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne mal bei denen vorbei und lasst ein Like für Kais Gesang da. Aber ich hab ein dickes Doktor. Ein dickes Doktor. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer anderen Folge. Macht's gut. Ich dreck mich nicht mehr. Hallo, tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.